und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren projekt hier auf blue what inside mit creativerse eine art minecraft ableger ja die klötzlichen grafik ist ja auch vorhanden wie man sehen kann und ja ich habe mir gedacht zockt das ganze doch mal hier an ja wo es noch eine ungefähre woche ist bis der gute white floor auch mal wieder zurückkommt und ja ich hatte gerade schon mal kurz angefangen ich wollte mir sehr die schönen großen co-op projekte ja 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 nicht wegnehmen dementsprechend habe ich hier gesagt gut fange ich das mal eben an was ist das denn alter auf half life runtergeboxt der typ da muss ich fast die ganze pilze auffuttern die ich hier ja wobei stehen geblieben genau wer hat er bei euch wollten uns ja nicht die projekte wegnehmen ich habe mir gedacht okay ich hatte schon mal mit ihm gesprochen wir wollen da ein bisschen was starten und dann habe ich mir gedacht okay kommen fange ich jetzt mal mit etwas an was wir hinterher auch noch mal zusammen zocken können aber wo ich uns jetzt nicht großartig ein schönes projekt was man zusammen machen wollte wegnehmen das ist hier schlicht und schlicht und einfach der grund und wie solche überleben ohne getötet zu werden überleben ohne getötet zu werden ist auch gut das hört sich nicht gut an ach du scheiße ja da haben wir uns ja wieder was schönes ausgesucht war oh gott und gleich sterbe ich hier schon oder was das wollten wir eigentlich nicht ich wollte ja eigentlich hier nur irgendwo hin damit ich hier ein bisschen was bauen kann doch gott jetzt kommen wir hier nie wieder hoch oder was eigentlich wäre es ja echt schön hier oben irgendwo zu bauen wenn da nicht kommen was denn mit da oben wenn da jetzt nicht so ein hanswurst steht 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 hier hier steht keiner wunderbar aber noch cooler wer da oben ich kenne mein glück da steht jetzt aber einer und da unten ist auch schon einer ist egal wir versuchen unser glück mehr als abkacken können wir hin im spiel alter schön ist das hier windig ob das so eine gute idee war hier zu sagen okay ich baue hier eine coole aussicht haben wir auf jeden fall ne wo ist der typ ach da unten ja das ist uns egal das ist mir jetzt egal so würde ich mal sagen bauen wir hier doch mal das ab hier ja jetzt haben wir hier natürlich nur dreck und so ne kein stein das ist natürlich kacke ich nehme mal hier ein bisschen mit vielleicht müssen wir doch woanders hin weil es hat hier windig und es wird hier gleich schon nacht und ich habe ja peaceful ausgestellt das heißt uns greift gleich alles an auch was jetzt noch lieb aussieht na wunderbar wir haben hier auch jetzt kein warte mal was waren hier irgendwo war doch inventory b für beutel nö ja wunderbar inventory oh gott jetzt muss man natürlich immer ein bisschen berücksichtigen ich habe die maus sensibilität jetzt ganz schön runter gesetzt weil crafting e beutel aber das doch nicht ich habe doch hier irgendwo ein schwert oder nicht ach ja es war hier bei tab attack auf das schwein auf die blöde sau hier er schwein hätte uns fast fertig gemacht wie kann ich das jetzt nehmen f take all okay jetzt muss ich aber mal jetzt futter ich mal schnell die pilze bevor ich hier gleich ganz kaputt gehe äh kuh war craften ne ach guck mal das können wir uns jetzt hier bauen ja guck mal können wir uns doch schon hier so ein steinschwert ne wir haben uns jetzt ein holzschwert gemacht was ist das denn hier jetzt haben wir natürlich die ganze pilze aufgefuttert das war natürlich jetzt nicht so klug ja das können wir hier auch noch nicht machen okay wir haben nur dieses schwert jetzt hier ne hatten wir denn dann vorher nur einen blöden holzstock oder was ja ist natürlich jetzt genius was machen wir jetzt oh pilze ja die holen wir uns noch dann können wir hier wenn nicht so ein ding uns hier gleich bauen was war das denn ich weiß das gar nicht mehr aber die kommen jetzt hier gleich die werden jetzt hier böse gleich so pam genau das ding kann ich mir jetzt da nicht machen und die verwandeln sich hier gleich oh oh nicht nicht gut hier habe ich das ding jetzt schon eingesetzt ach du kacke was habe ich denn jetzt gemacht nee das ding sollst du ruhig schon mal hat der ja der jetzt genommen boah also das ist jetzt ein bisschen kacke es sieht dunkel oh nein das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke weil wir alle wissen was es jetzt gleich bedeutet das spiel könnt ihr euch meine ich jedenfalls kostenlos mittlerweile bei steam herunterladen als ich es damals noch geholt habe hat mich das glaube ich sogar was gekostet ich glaube sieben fünf oder sieben euro bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher oh ihr lieben schweinchen bitte nicht hier brennt doch irgendwas ja sag mal er hat doch gerade irgendwas gebrannt hm ok da brennt was oh gott sie verwandeln sich alle hier nein super ich habe ein neues ding hier gefunden neues areal das oh oh gott die schweinchen sind jetzt nicht mehr oh gott nicht mehr so lieb boah was ist das denn da für ein schwein ey das will mich angreifen tötet die sau ja komm her gar nicht mal die sau getötet die sau getötet ok wir holen uns hier nochmal ein paar pilzchen jetzt haben wir uns ein paar pilz hier geholt ja will uns direkt die nächste sau holen wa ne jetzt nicht was ist denn das da vorne ah aua Aua, aua, aua. Ach. Ja, nur was wir mit dem ganzen Shit bauen können, bin ich mir noch nicht so sicher. Bin ich jetzt hier noch irgendeine Sau angelockt? Ach, guck mal, wir sind mal so schlau. Loll! Ach. Was ne Kacke. Ich möchte den ganzen... Scheiß, eh gleich wieder einsammeln. Egal, äh, ich wollte mal gucken, was wir hier jetzt so craften. Was ist das denn? Studdle Golden Wall. Mhm. Ja, dafür brauchen wir eh noch ein bisschen Shit hier. Oh, Kacke. Müssen wir hier erstmal die Nacht hier überstehen. Was ist denn da hinten eigentlich dieses... Ich hau mal schnell nochmal... ...ne Kiste. Krass. Da war Stuff drin in der Kiste. Und hier ist ein Stein. Stein brauchen wir. Dann soll man sich einfach mal hier einnehmen. Ja, viele von euch werden sich jetzt fragen, warum spielt der das hier? Äh, hat er kein Geld für Minecraft? Verrechtigte Frage, doch. Aber, äh, ich hab's auch mal früher, äh, gezockt. Aber, äh, es ist auch mal geplant gewesen, das Ganze zu machen. Aber, nur alleine ist dann halt so ein bisschen, naaaah, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, vielleicht mit dem, äh, Whitey zusammen. Ah, genau, das stimmt ja, den Wachs, den brauchte ich für Fackeln, meine ich. Ich weiß gar nicht, wieviel Stein wir jetzt hier gleich haben. Oh, das hört sich nach... ...Incoming Sau an. Können wir nicht? Oh, diese, diese Blumen, da brauchte ich auch. Oh, ja. Oh, und noch mehr Wachs. Bienenwachs, den nehm ich auch mal mit. Wie, hier war nur eine Blume? Ne, das glaub ich nicht. Ah. Guck mal, dann so hüpfst du mal einfach mal auf so'n Baum rauf. Kannst du ja auch eigentlich immer hier so'n Baumhaus bauen. Hä? Oh, warum nicht? Klingt verrückt, aber wieso nicht? Ehrlich jetzt. Begradigen wir das Ganze? Sammeln wir hier mal. So, so. So. So, zack zack, die Musik ist ja hier 1A, so hier noch ein und dann machen wir hier noch ein, oh und dann sind wir jetzt auch hier alles los, wa? So, dann haben wir hier alles weg, oooohhhhhh, drehen, oooohhhhhh, drehen, oooohhhhhh, Jetzt erklärt mir mal, wie der Schwein hier hoch konnte, ok, auf jeden Fall kam es hier hoch. Ich brauche hier nochmal ein bisschen was. So, können wir das, so machen wir das Loch hier zu. Richtig behindig hin, die machen wir jetzt hier einfach so, irgendwas hier drauf. Uns fehlt Holz. Crackwood, Junge, ich brauche Crackwood. Das heißt, ich muss nochmal runter, da hinten ist ne Truhe. Aber guck mal, ich kann doch hier auf 1 mal den Teleporter planten. Yeah. Ja, klar. Gibt zwar keine anderen Spieler, aber ich erlaube es denen mal. Da. Oh, hier ist noch irgendein Blümchen. Das nehmen wir doch auch mit. Das können wir bestimmt gebrauchen. Guck mal, können wir da rüberjumpen? Nein. Das können wir definitiv nicht. Oh! 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 Glück gehabt. Wirklich Glück gehabt. Guck mal, haben wir hier noch ein bisschen Moos, das nehmen wir ja auch noch mit. Boah, was ist das denn hier für ein Geräusch? Wo war die Kiste hier? Hier. Oh! Ah, jetzt das hier loooouuuut! Die Kiste hätte ich gerne, Jungs. Gott Ist das die Kiste, die so laut ist? Nein, oder? Nein, oder? Dieses Okay, die Kiste haben wir mitgenommen Aber Was fand ich auch gerade Tod Halt Ah, will denn das jetzt mal so mit hier? Ist egal, das lassen wir jetzt da Wir haben ja eigentlich genug Holz jetzt, oder? Aber das ist daten hier Ist das hier so Tonnenzapfen, oder was? Kann das Ich nehme da einfach mal mit hier, ist ja egal Ja, dann nehmen wir hier den Steiner Mach Ist das denn hier so laut? Jetzt müsste man Was soll denn dieses X da heißen? Ehrlich, das ist ja mega laut Kann er irgendwas sehen, dass da irgendwas ist? Das ist dröhnen, das ist ja Alles klar, äh, gleich Da, da ist doch irgendwas Jetzt ist er weg Was könnte das sein? Damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Creativerse Bis dann, haut rein Das ist ja